In diesem Videoclip erfahren Sie, welche Aspekte vor der Anpassung der senkrechten Position von Elementen an Decken in der Schnittansicht zu überlegen sind. In diesem Beispiel wollen wir die senkrechte Position dieser mehrschichtigen Wand an eine Decke in der Schnittansicht anpassen. Wählen Sie nur die Wand ohne die Decke darüber aus und aktivieren Sie Bearbeiten und den Befehl Elemente an Decken anpassen. Wie Sie sehen, wurde der obere Teil der mehrschichtigen Wand an den unteren Teil der ausgewählten Decke angepasst. Nehmen Sie nun eine mehrschichtige Wand, die sich über diese Decke erstreckt. Wählen Sie die beiden Elemente aus und betätigen Sie den Befehl Elemente an Decken anpassen. Sie sehen, dass die Anpassung ausgeführt und der untere Teil der Wand bis zur Decke gekürzt wurde. Wenn es mehrere Decken in der Auswahl gibt und alle Decken das Wand-, Stützen- oder Unterzugelement überlappen, das Sie anpassen möchten, dann führt Archicad diejenige Anpassung aus, die die kleinsten Veränderungen verlangt. Dasselbe gilt auch, wenn sich der obere oder der untere Teil eines Elements, das angepasst werden soll, unter den ausgewählten Decken befindet. Die Anpassung, die die wenigsten Veränderungen in Bezug auf die Höhe braucht, wird ausgeführt. Es ist auch möglich, ein Element senkrecht zwischen zwei ausgewählten Decken anzupassen. In diesem Beispiel ist der obere Teil der ausgewählten Wand der oberen Decke näher als dem unteren Teil der unteren Decke. Wenn Sie nun beide den oberen Teil und den unteren Teil der Wand anpassen, wird sie an beiden Decken angepasst.